Automatische Fütterungssysteme sind auf Schweizer Betrieben keine Seltenheit mehr. So auch bei der Generationengemeinschaft von Ottmar und Christian Hausherr im luzernischen Müswangen, wo seit diesem Frühjahr das automatische Fütterungssystem Autofeed von Kurmantechnik aus Rußwil zum Einsatz kommt. Es ist ein teilautomatisiertes System mit elektrischem Stationärfuttermischer, Futterband und einer von Kurmann entwickelten Steuerung. Teil automatisiert deswegen, weil hier der Futtermischer von BVL mit dem Heukran, Heu sowie Silage und von Hand mit weiteren Komponenten befüllt wird. Die Zusammensetzung der einzelnen Komponenten der Mischration wird am Wiegecomputer programmiert. Nach der Befüllung wird die Mischration automatisch fertiggestellt. Mit Ottofeed werden nun die Tiergruppen gemäss Fütterungsplan mit der entsprechenden Menge zur entsprechenden Tageszeit automatisch gefüttert. Der Futteraustrag funktioniert wie folgt. Vom Mischer fällt die Ration über einen exakt steuerbaren Schieber durch einen Kanal nach unten in den Stall auf das Futterband. Dieses Futterband, ebenfalls von Autofeed gesteuert, zieht das Futter durch die 37 Meter lange Futterachse. Die Steuerung regelt die entsprechenden Parameter so, dass das vorgängig programmierte Gewicht gleichmässig über den gewünschten Tiergruppenbereich verteilt wird. Zugang zum 140 cm breiten Futterband haben die Kühe direkt von beiden Seiten. Damit nimmt die Futterachse im Stall im Vergleich zu einer befahrbaren Futterachse nur wenig Platz in Anspruch. Die Anzahl Futtervorlagen kann programmiert werden. Vor dem Start eines neuen Fütterungsvorgangs wird das Schleppband zurückgezogen, wobei zwischen Restfutter abschieben oder Restfutter rückzug ausgewählt werden kann und was programmiert, automatisch oder durch manuelle Freigabe ausgeführt wird. Das Hirn der Anlage ist die automatische Steuerung Autofeed, mit der die Rationen und der Zeitpunkt der Fütterung über das Touch-Display programmiert werden. Diese Autofeed-Variante ist nur einer der Möglichkeiten, die das System bietet. Es kann beispielsweise auch mit einem oben liegenden Abschiebeband kombiniert werden. Zur Sicherheit können bis zu sieben Notschalter an verschiedenen Stellen installiert werden. Störungsmeldungen erfolgen via SMS, E-Mail oder per Telefonanruf. Mit Autofeed hat Kurmann eine Alternative zu automatischen Fütterungssystemen mit autonom fahrenden Fahrzeugen entwickelt. Dank modularer Bauweise kann das System mit vielen verschiedenen Verteilmöglichkeiten kombiniert und flexibel in bestehende Gebäude wie auch in Neubauten integriert werden. Der Mehrpreis für diese Automatisierung im Vergleich zu einem herkömmlichen Stationärmischer startet bei 25'000 Schweizer Franken. Mehr über dieses System in der Printausgabe von Landtechnik Schweiz.